ja jaja leute und hallo und herzlich willkommen hier ist einer weiteren aufnahme minecraft heute zusammen mit futur auf der map torkraft juhu hi leute wir haben uns gedacht wir spielen wieder eine adventure map und futur wird euch jetzt erstmal kurz in die regeln einweisen jo erste regel ist survive the fall find the hidden trophy at the end of the each dropper do you are your trophy in the end of the chest in the main lobby don't cheat have fun simple tips and rules das waren jetzt die einfachen regeln und tipps und wir gehen jetzt mal hierher und wir haben jetzt hier rechts die einfachen maps und links die schweren maps und jetzt ist unsere aufgabe müssen eben diese maps gewinnen und am ende von jedem drop den wir überlebt haben ähm gibt es ein versteckte trophy und die müssen wir finden genau ich würde sagen wir fangen mal mit den einfachen an oder ja ich denke mal wir haben hier ein bisschen was zu tun genau und zwar würde ich sagen wir spielen gegeneinander und versuchen immer schneller zu sein wie der andere und zwar spielen wir wir setzen beide gleichzeitig um unseren spawn point dann hüpfen wir runter suchen die trophäe und wer zuerst mit der trophäe wieder hier in der lobby ist hat gewonnen ok hört sich gut an dann würde ich sagen starten wir mal direkt durch mit die kei die um auch mal lange bis ich auch da bin soll auch nicht alles und rechts von freund zu lösen das war noch etwas von freund und von heute einst die komputer wurde gesetzt okay so genau jetzt wollen wir nämlich immer wieder hier weil sonst dann werden wir in der lobby und dann würde ich sagen aus die plätze fertig er ist der wunde aber auch nein er hat die selbe stelle aufgeschlagen um gut wo ist das noch was das noch auch scheiße da war das doch schon mal nicht aus steht die muss ich erst mal die flugverhalten von mein kraft wieder gewöhnen da haben wir die dritte 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 die 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 ich auch wusste scheiß Ding das ist es nicht so dass es ist das das ist es tut nichts was schon was das heißt denn das hat und heute nicht umhören Klin muss die Hälfte Aachen das Länge ich glaube erfolgreich wenn nicht ich bin jetzt ist das war meine Helligkeit hochstellen ich bin in den Gang aber das auch nichts drin Hä, wo zur Hölle ist diese Trophäe? Hast du sie gefunden? Nein, noch nicht, noch nicht. Was ist das, was ist das? Collected Trophy? Oh nein, er hat sie gefunden. Juhu! Wie bist du da hochgekommen? Ja, ja, ich kann fliegen. Hä? Du kriegst durch den Dinger einen Jump Boost. Durch den Knopf kriegst du einen Jump Boost. Oh mein Gott. Juhu, Punkt für mich. Ja, noch bist du nicht in der Lobby. Okay, jetzt, Punkt für guter. Danke, das ist gut. Okay, dann hau mal deins in die Ender-Chest. Links oder rechts? Egal. Egal, das ist dann eh spielerspezifisch. Ja, bei mir ist dann nichts drin. Eine Sache, wir haben Essen, wir verlieren Herzen und Nahrung. Ist es egal? Wir sterben doch eh mal wieder. Oh, so stimmt auch weiter. Ich würde sagen, dann gehen wir zu Woolly Mass. Direkt in die zweite Runde, es steht gerade eins für Futur. Ja, warte mal, sie wissen gemeiner Dinger. Hä, was? Ich springe ja noch nicht, ich bin da nur reingelaufen. Alter, das war voll das Brain-fucking. Jetzt hast du geguckt? Ja, Spawnpun setzen. Oh, fuck, ja, stimmt. So, und dann auf die Plätze, fertig, los. Wo bist du? Ach du Scheiße. Hö, ich bin tot. Hö, nein, das war, ich bin tot. Ähm, ich glaube, da muss man von der anderen Seite springen. Geh weg. Was, findest du jetzt? Nein. Gib mal gucken. Von wo muss man da springen? er hat er auch auf schweiz wird der dieses übelst vor dem ist geil das spiel also macht Spaß so sind erst mal verstehen von wo sich bringen muss aber ich ja da ist gut das gut alter 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 sein ist die Trophäe finden nein verbirgt er ist nicht nicht töten das ist die aber auch jetzt ja da wollte ich dich doch haben so was ich jetzt so viel was ich jetzt so viel sie ja von vorne anfangen du bist die stecke fähig wird hast ein kleiner vorsprung habe aber noch nicht wirklich viel gebracht kann schon nicht nur die ganze Prozent das wird die Scheiße fähig finden kann nicht sein jetzt wieder noch Hunger es ist total übel das Ding da unten noch zu treffen soll jetzt da habe ich gefunden naja es ist aber wie komme ich dahin ich glaube ich weiß da oben Alter ich kann doch kein Jump'n ich kann doch keine Collected Trophy yes oh Mist damn it gut die Runde geht an mich so dann lege ich meinst mal schnell hier hin zack und dann würde ich sagen in die dritte Map ne ja Moment 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 was tust du was tust du muss noch was umstellen es war so dunkel ja das habe ich auch schon gemacht ich gehe jetzt auch mal rein in HE Double Hockey Sticks hier drüben was das ist Hockey Sticks mal gucken Alter Sponpoint und so ja ups oh das war jetzt aber doof weil jetzt bin ich hier auf der anderen Map ist ja richtig doof ii hier die da slow ist der fatto ein bisschen rophyunto hands in circuit nase ia auch gemacht mitril nein da auch aber das ist jetzt schwierig fest wenn die Zeit hast zum Kuchen durch die zu mir teleportieren das ist nicht so ein Sätzen du setzt ein gefälligst auch ich habe schon gesetzt jetzt kann man von mir aus damit ich sagen du sie sind und hat es zu hoch steht auch wo passt okay ich weiß nicht muss ich weiß es nicht dieser Pistik und dann gehe einfach wir können das sind abgeflogen okay 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 muss erst mal finden muss ich glaube da drüben ist es nene 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 ist da drüben also da ist nichts ich weiß nicht mal wo ich angefangen haben wird also gleiche ich brauche eine höhere Render Distanz Video Settings Render Distanz 32 Chanks voll crazy das ist es so schluss er ja ich spürt sich hier fest okay läuft 20 Chancen ja ich habe auch sicher dass ich hab's ich habe gesehen aber ich auch ich auch ich auch wo ist das Schöpfchen verpflichtet sich alter ich hab da will ich nicht hin nein nein du bist ein bierer fucker du wo ist das scheiß Ding finde das ein Trophäe finde das ein Trophäe ich kann mal voll weit wieder hoch springen Arschbiss Trophäe Trophäe wo ist sie auf der finne sind nicht richtig unfair du wolltest nicht auffisten ach was das will ich nie tun ich hab mir halt den taktisch klügere Position gesucht wo ist die jump boost hast jump boost ne ich kann mal nicht weil du wieder so hoch springen kannst ne kann ich nicht aber du kannst hoch springen hast du gesagt ja wo ist die scheiß Trophäe ich hasse Neta Blöcke kann doch nicht sein das ist bestimmt wieder in engliger Nische versteckt wo du nichts siehst von weiter weg natürlich du musst wahrscheinlich das ja nah ran das ist halt die ganze Zeit schon so aber gut wir haben ja erst zwei maps das deutlich höher als du von dem her hä was wie bist du da hoch was weil Jumps geht raus ja juhu was du hast sie jup ne 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 noch nicht ich muss hinspringen du stirbst noch beim runterkommen das verspreche ich dir du musst noch zurück in die lobby das du überlebst du nicht scheiße scheiße nein jetzt habe ich dich auch noch dahin geschlagen los los ko 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 und und bin weg und ich auch stimmt ich hatte die ganze Zeit verpasst okay die Runde geht wieder in futur juhu 3 zu 1 so ich muss mich jetzt warte einmal Spawn Point hier setzen dann muss ich mich einmal töten irgendwie Ich habe kein Leben und keine Ausdauer mehr und das heißt ich kann auch nicht mehr rennen achso so jetzt das ist hart das ist easy hierhin? Computer Time. Jo. Ah, zeig mir aber mal vielleicht noch die Umgebung hier so ein bisschen. Die ist auch immer ziemlich geil. Oh, die Umgebung hier ist richtig geil. Schau mal hier runter. Krass. Moment, ich kann mal. Aber das ist so bestimmt gescripted. Get some happy for your jump. Ja, ich weiß warum. Jump boost. Ja. Was hat man hier? Der Map-Ersteller. Superman. Superhand. Also fangen wir an. Soll mach's. Spawnpoint. Hab ich? Ne, ich auch. Good. Good. Get some happy. Woah, krass. Alter Junge. Oh, das langs aber nicht. Ich hab getroffen. Was ist denn das hier unten? Boot. Papierkorb. Ah, geil, wie ist das denn? Spring zu früh ab, oder? Nein, diesmal reicht's. Ey geil, das sieht so richtig geil aus mit dem Bildschirm. Nein, reicht nicht aus. Alter, der Monitor sieht richtig krass aus. Ah, jetzt warte mal, bis ich aufkomme. Ja ne, ich muss ja schon mal die Ding finden. Alter, das war aber extrem knapp. Ja, ist es auch. Ah, darunter kann ich springen, jetzt hab ich's gefunden. Aber wie hätt' sie das gebaut alles? Das hätt' sie doch nicht alles von Hand gebaut, oder? Oder meinst du, sie haben das von Hand gebaut? Weiß ich nicht. Was willst du eigentlich von mir? Guck mal, ich spiel mit ihm. Hörst du auf? Hörst du auf? Nein, du kriegst mich nicht da runter. Nein, 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 nein. Oh, so knapp. Aber ich stammst. So, da ist glaube ich Lobby und wo ist die Trophäe? Die Lobby habe ich schon gefunden, nur das ist die Lobby? Das ist nicht. Upp, das bringt mal ganz. Ist das ZB? Oh, ich habe wieder Jampus. Oh nein. Oh nein. Ich komme nicht mehr rüber. Oh nein. What the fuck? Okay, ich bin tot. Nein, doch nicht. Komm nicht mehr ins Wasser, oder? Oh, das reicht. Alter, der Jampus ist krank. Der ist richtig krank. Ah, ich habe noch nicht verstanden, was man damit erreichen soll. So ganz wild das Symbol haben sie nachgebildet. Schau mal, wo ich da bin. Hier oben in der Tür. Rechts im Türrahmen. Ja, Gute Nacht, ne? Da, bin mal unten. So, jetzt müssen wir das Ding unten suchen, oder wie? Ja, irgendwie mit der Doorbell da. Das ist ein Jump-Post. Oh, ich bin zu kurz gesprungen. Nein. Alter. So, da muss ich hinziehen. Okay. Bam. Ja, übel. Das reicht wieder nicht, oder? Nein. Boah. 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 Wasserglas. Vor allem klappt es mit dem Doppel-W nicht mehr so richtig gut. Alter! So, warte, ich kann mal gucken, ob ich das Essen-Verlieren ausschalten kann. Ich glaube, das ist doch... ...Difficulty-Peaceful, glaube ich, kann ich das... Genau, wir verleihen keine Hungerme. So, dort wäre... So... Was muss ich stellen? Aber ich komme nicht in der Scheiß-Wasser-Glass. Geil, geil, richtig geil. Ey, das Wasserglas ist kein Problem. Jappadabatou! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh, wieder genau auf die Kante vom Wasserglas. Du darfst halt genau da, du musst genau vor diesem Schild hier abspringen. Alter, fick dich einfach! Fick dich einfach! Oh, endlich mal wieder geschafft! Aber man hat schon so leichte Ruckel-Probleme, ne? Ja, ja, klar! Das ist ja wirklich gut, aber die Map ist einfach gigantisch. Wo zur Hölle kann denn bitte die Trophäe sein? Wenn du mich mal nicht schlagen, der helft dir mal suchen, weil das ist ja für uns beide beurteilt. Also ich weiß, dass man hier wieder hochspringen kann. Theoretisch kann man auf den Tisch wieder hochspringen. Ja, aber hier. Da, was ist denn das? Was? Die Lampe hier? Nein, da ist ein Knopf. Wo? Direkt hier über mir. Ja, aber der tut, glaube ich, nichts. Ne, der tut nichts. Doch, doch, ich weiß es. Ich hab's. Die Tür da, meinst du? Ja. Da kommen wir nicht rein. Und hinter der Tür ist eine Wand. Sicher? Hm. Ich denke, dass es irgendwas da drüben mit dieser Tür zu tun hat. Ich probiere mal auf den Türgriff zu springen. Ja, das habe ich eben auch schon überlegt gehabt, ob man da hinkommen muss. Ja, das geht auf jeden Fall. Weil man hat den Jump Boost acht Sekunden lang. Das heißt, wenn du in vier Sekunden rüber rennst und dann springst, geht's. Ja, gut, ich hab beim ersten Versuch schon voll gefehlt. Okay, das war ein Fail. Ach, dein Abflug. Ich glaub nicht, dass es was mit dem Ding ist. Ich glaub, wir müssen da hoch. Ich bin wieder tot. Ist das eine Klingel? Und eine Klingel ist ja eigentlich immer dafür da, dass man den Türgriff drückt, hätte ich gesagt, oder? Meinst du? Ja, also meine Definition von einer Klingel ist dann danach auch den Türgriff benutzt. Oder... Ah, ja, 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 ja. Ich glaub, ich hab's. Echt? Ich glaub, ich hab's. Ich hab mir eingewählt, von oben was gesehen zu haben, grad beim Runterspringen ins Glas. Ah, fuck. Ey, das wär aber auch richtig mies, wenn das da jetzt her... Da. Wenn meine Zuschauer, die wissen jetzt, was ich mein... Ich probier's jetzt mal da hinzukommen. Ah, ich war langsam besser im Jumpen. Ja, mal klar, mal gibt's hier auch. Vielleicht guck ich jetzt noch mal, wie lang geht dieser Scheiß-Champus. Acht Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Bäm. Es reicht, also du kommst auf den Türgriff, kommst du drauf. Definitiv. Und ich hab dir noch fair. War sie im Türgriff? Nein. Wo dann? Im Licht. Doch, auf der Stehlampe. Ja, ich hab's. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Ne, ich hab mir auch gedacht, da wollte ich eben auch mal hinspringen. Dann haben wir aber die Theorie mit dem Türklingel gehabt. Und was ist denn der Türklingel? Wir haben ja den Ausgang noch nicht gefunden, ne? Oder hast du den Ausgang schon gesehen? Doch, den hab ich. Echt, wo? So hab ich die doch nicht. Du musst jetzt erst mal sterben. Ikea. Wie eisgeil, dass dem Stuhlbein Ikea draufsteht. So hell, bist du? Ich seh dich nicht. Bin doch am Spawn. Papiermüll ist auch geil. Hä, aber wo hast du da mit den Ausgang gefunden? Ist der oben auf dem Schreibtisch, oder was? Genau. Ne, oder ich muss jetzt wieder auf den Schreibtisch hoch? Ne, dann hinkt ihr auf den Schreibtisch. Was? Ihr hört zum Spawn. Hä, am Spawn ist nicht hab. Doch, Tour-Hop steht da. Ja, ja, aber das ist nicht das Tour-Hop. Am Spawn ist immer ein Tour-Hop. Aber es gibt auch am Ende eins. Und das muss ich jetzt finden. Ach so, dann hab ich noch Zeit dich zu töten. Am Schreibtisch oben war doch nix. Ne, am Schreibtisch war nix. Ist es wirklich vielleicht noch auf dem Türgriff drauf? Ne, du warst ja auf dem Türgriff. Nein, war ich nicht. Ich hab's noch nie drauf geschafft. Warte mal, ich kann das vielleicht... Ich guck mal, ob ich da was sehe. Ja, du hilfst mir doch jetzt nicht. 5, 4, 3, 2, 1, jump. Und jetzt muss ich den scheiß Türgriff treffen. Die hat einfach vorbeifliegt. Oh nein, ich bin gestorben. Auf dem Türgriff. Ist das der Ausgang? Ich seh's nicht. Fuck. Aber ich hab die Trophäe noch. Ach so, hast du noch? Ja, die behält man scheinbar. Okay. Na gut, dann kann ich dich ja gar nicht mehr töten. Ne, aber ich muss den Ausgang noch finden. Du hast ja auch noch immer die Chance. Ja, aber ich brauch ja die Trophäe. Ja. Aber wenn du sie nicht verlierst, kann ich sie nicht bekommen. Natürlich, die Grenzkanzelung reinholen. Gibt's bestimmt nicht nur einmal. Aus dem kommenden Lock. Ich seh aber nicht auch irgendwas in diesem Scheiß Ding drin ist. Ich will da jetzt nicht hinspringen, wenn ich eh umfass. voll umsonst ist. Aber wie ich glaub, es ist... ...sonst hier zum Hub zurück. Ich geh jetzt erstmal hoch und such mir. Äh, mein... Deine Trophäe. Genau. Der Türgriff. Ich seh halt nicht, ob in dem Türgriff was drin ist. Ikea, Inspektor... ...Wir tot? Ne, noch nicht. Schafft man das auf einmal noch hoch? Was ich auch noch probieren kann, ist der Kaffee. Ja, schafft man. Wo muss ich da hinstehen? Hier? Das war zu früh, glaub ich. Das war zu früh. Und... BAM! 4, 3, 2, 1, BAM! Okay, ich glaub, ich bin auch wieder tot. Alter, ist das kompliziert. Okay, da kommt man schon mal nicht hoch. Auf den Türgriff, glaub ich, stirbt man auch. Wo zur Hölle muss man dann hin? Oh nein, ich bin wieder auf dem Glasrand aufgeschlagen. Ich hab's gehört. Ah, jetzt ist er wieder da. Hey, es muss doch hier irgendwo den scheiß Ausgang geben. Wenn wir jetzt nicht gleich einen Ausgang finden, dann... Ja, keine Ahnung, wie lange nehmen wir schon auf. Das ist hier eine unentschieden Map hier. Nein! Ach, der hat gerade... Oh, shit, ich bin gar nicht gesprungen. So. Ah, ist er. Ich muss Zeit schinden. Komm schon, es muss doch hier irgendwo einen Ausgang geben. Nein! Ich bin auf dem Ding und dann sterbt man. Wieso sterb ich? Du hast jetzt ohne Scheiß noch nie einen Ausgang gefunden, oder was? Nein, das hab ich ohne Scheiß noch nicht gefunden. Aber warum stirbt man, wenn man auf dem Ding draufkommt? Auf die Lampe? Ja, dann bist du zu spät gesprungen, dann... War ich zu hoch noch. Ja. Weil solange du Jampoos hast, kriegst du weniger Fallschaden. Kann doch nicht sein, hier muss doch irgendwo ein Ausgang sein. Hau auf ein neues. Habe ich vor oben, das hat gereicht auf jeden Fall. Aus siegern, aus siegern. Oh, Alter, ich bin einfach kein Scheiß-Ausgang. Hast du den Sprung gefällt? Ja. Also ohne Mist, der einzige Ausgang, den ich mir jetzt noch erklären kann, ist der Türgriff. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut und dann fliegen wir mal rumsuchen. Ne, 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 ne. Ich probiere jetzt nochmal den Türgriff. Oder ich springe noch einmal auf die Lampe hoch und gucke, ob man von der Lampe in den Kaffee kommt und von dem Kaffee rauskommt. Ich gehe nochmal auf die Lampe. 4, 3, 2, 1, Bäm! Oh, oh, das war zu früh, das war zu früh. Ah! Ich hab die Kante schon berührt von der scheiß Lampe. Ich muss jetzt mal von hier oben gucken, ob in dem Kaffee irgendwas drin ist. Aber bei der Lampe habe ich gesehen, dass das drin ist. Kaffee sehe ich es nicht. Alter. Kann doch nicht sein. Ne, langsam, das ist fuck langsam ab, das Level. Vor allem, weil ich immer das Ding nicht treffe. Ich fliege jetzt mal rum und gucke. So, im Kaffee ist schon mal nichts. Also die Map ist jetzt unentschieden, die hat keiner gewonnen. Ah, noch habe ich die Schuss, noch habe ich nicht aufgegeben. Du hast aufgegeben. Wir können noch aufgeben einführen, wenn man dann Cheatmodus aktiviert, hat man aufgegeben. Ja, toll. Du hast auch schon gesagt, wir sollten die Map lassen. Ja, du hast gesagt, wir sind gut. Der Hörgriff ist es aber auch nicht. Ich habe noch einen Versuch oder so. Wo zur Hölle ist der Ausgang? Ich will jetzt erstmal auf die Lampe kommen, dann sehen wir weiter. Okay, das war wir viel zu früh. Gott, ich gebe auch auf. Also, geh auch mal Game Boy und such mal den Scheißausgang. Ich will es noch wissen, wo dieser Ausgang ist. Scheinlich total einfach irgendwo. Null oder eins? Eins. Weil in der Lampe oben war er ja auch nicht, ne? Aber die Map ist einfach viel zu groß. Die ist geil, die Map. Oder ist der Ausgang schon hier oben? Auf dem Schreibtisch irgendwo. Und wenn du das schaffst, hättest du theoretisch schon rausgehen können irgendwo. Ich weiß es nicht. Also, Mülleimer unten ist es nicht. In den Blumenwasen habe ich nichts gesehen. In der Lampe habe ich nichts gesehen. Hier auf dem Schreibtisch finde ich nichts. Am PC unten, am Turm? Ich will jetzt erstmal gucken, ob da oben was ist. Hier oben ist nur dieses Get Trophy. Ja, die Trophys darf ich jetzt löschen, weil ich habe ja nicht gewonnen. Ich bin echt überfaktorierter Ausgangshenzer. Ich auch. Also, bei der Blume ist auch keiner. Am PC ist auch keiner. Bei der Blume hier. Also, es scheint so, ob die Map nicht mal im Game Mode lösen können. Auf dem Stuhl ist nichts. In den Regalen hier. Auch nichts. Nur einmal ist auch nichts, obwohl dein Loch drin wäre oder hast du das reingeschlagen. Nein, nein, weiß nicht. Aber ich habe es auch gesehen, dass ein Loch oder war ich unten schon mal bekommen. Kommt mal, ist normalstaublich ja auch nicht rein, ohne Game Mode. Zum Schrank ist auch nichts. Alter, wie kompliziert ist denn das jetzt? Sag ich, ich kenne nur den einen Turn-2-Hub. Ja, aber der hier oben. Der ist ja nicht der, wo quasi gesagt, du hast gewonnen. Aber es geht ja hier auch nirgends weiter. Naja. Die Map ist ein Unschied. Ich würde sagen, das war es dann mit der heutigen Folge. Wir gehen zurück zum Hub. Und in der nächsten Folge seht ihr die Map weiter aus Futursicht. Genau. Wenn wir da weiterspielen, aktuelle Punkte standen. Ich weiß gar nicht, du hast eine, glaube ich, und nicht 2-1. 2-1 für mich. Oh ja, du hast 2-1, okay. Okay, und das nächste Mal sehen wir uns dann mit Tiny, Tiny You. Bis dahin, Servus. Ciao. 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 Ciao.